Sergej Demschuk ist seit November 2019 CEO der lettischen Peer-to-Business-Plattform Debitum Network. Der 37 Jahre alte und gebürtige Ukrainer, der einen durchaus vorzeigbaren Lebenslauf im Bankenbereich und bei Mikrofinanzinstitutionen vorweisen kann, soll von nun an die operativen Geschicke des Unternehmens leiten. Persönlich hatte ich bereits zweimal die Möglichkeit gehabt, mich 2019 mit ihm auszutauschen. Zunächst auf der Peer-to-Peer-Konferenz in Riga, bei der er damals noch als Vice-Präsident des Kreditgebers Mikrokapital tätig war, als auch im November im Rahmen der Fintech-In-Konferenz in Vilnius. In diesem Video möchte ich darauf eingehen, welchen beruflichen Hintergrund Sergej besitzt, wie und warum er CEO von Debitum Network geworden ist, was sich nun unter seiner Führung ändern wird und wie ich persönlich seine Berufung als CEO bewerte. Fangen wir zunächst an mit Sergejs beruflichem Hintergrund. Nach seinem Masterabschluss an der ukrainischen Scharkiv-Universität 2005 arbeitete Sergej in den folgenden acht Jahren für mehrere Bankeninstitute in der ukrainischen Hauptstadt. Angefangen hat er damals bei der ProCredit Bank, wo er zu Beginn als Sachbearbeiter für KMU-Kredite die finanzielle Situation mittelständischer Unternehmen analysiert und ein Kreditportfolio in Höhe von 1,5 Millionen Euro überwacht hat. Es folgten während seiner Zeit in der Ukraine noch drei weitere Stationen bei in Kiew stationierten Banken. Der Rosen Ergo Bank, der Trust Bank Ukraine und der Swedbank. Auffällig sind dabei besonders sein kontinuierlicher Fokus auf kleine und mittelständische Unternehmen, kurz KMUs, sowie die steigende Personalverantwortung. Bereits in seiner zweiten Position bei der Rosen Ergo Bank führte er die KMU-Kreditvergabe in diversen Bankfilialen ein, trainierte Kreditsachbearbeiter und überwachte 30 Mitarbeiter in regionalen Außenstellen. Auch bei der Trust Bank Ukraine, wo er als KMU-Regionalleiter angestellt war, überwachte er 14 Bankfilialen, arbeitete an der Restrukturierung, sowie der Rückgewinnung ausstehender und überfälliger Kredite in Höhe von 33 Millionen Euro. Bei seiner vorerst letzten Station in der Ukraine war er etwas mehr als drei Jahre als Head of Credit Portfolio Management bei der Swedbank angestellt. Im Februar 2016 übernahm er dann die Position als CEO bei Mikrokapital Rumänien. Dessen Mutterkonzern Mikrokapital ist eine in Luxemburg ansässige und 2008 gegründete Vermögensverwaltungsgesellschaft, welche auf die Finanzierung kleiner und mittelständischer Unternehmen spezialisiert ist. Der Fokus liegt dabei besonders in Russland, dessen umliegenden Ländern, sowie Zentral- und Ostasien. Der Konzern, der heute mehr als 1.900 Mitarbeiter beschäftigt, ist seit April 2019 auch mit vier unterschiedlichen Ländern auf Mintos vertreten, um hier die Kredite mit Hilfe der Kapitalkraft von Privatanlegern zu finanzieren. Dazu gehören Russland, Weißrussland, Moldawien und eben auch Rumänien. Dem durchschnittlichen Zinssatz von 12,5% steht aktuell ein Mintos-Rating von A- bis B-plus gegenüber. 2016 folgte damals die Ausgliederung für den rumänischen Markt, dessen Leitung Sergej von Beginn an übernahm. Später, in seiner letzten Position vor Debitum Network, wurde er noch als Vice President befördert, wo er unter anderem für die Peer-to-Peer-Kreditvergabe in Russland tätig war, dem größten Markt des Konzerns. Man erkennt also, dass Sergej durchaus reichlich Erfahrung in der Finanzwelt gesammelt hat. Daher stellt sich nun die Frage, wie und warum Sergej jetzt also CEO von Debitum Network geworden ist. Sergej und Martins, Mitgründer von Debitum Network, hatten vor ihrem ersten persönlichen Treffen bei der Konferenz in Riga bereits ein paar Mal via Skype telefoniert und über eine mögliche Zusammenarbeit zwischen Mikrokapital Rumänien und Debitum Network gesprochen. Bei Mikrokapital Rumänien gab es damals die Überlegung, einen eigenen Peer-to-Peer-Marktplatz zu gründen oder sich einem anderen Unternehmen anzuschließen, so die Aussage von Sergej. Parallel zu der Integration des Kreditgebers auf Debitum Network, final dann vollzogen im November 2019, gab es unabhängig davon auch Diskussionen über ein Engagement von Sergej bei Debitum Network. Dieser arbeitete dann im Oktober 2019 für einen Monat auf Probe im Unternehmen, wo beide Parteien die gegenseitige Kompatibilität überprüfen konnten. Während es bei Sergej die Lust nach einer Veränderung und einem Perspektivwechsel von Kreditgeberseite zur Marktplatzseite war, suchte Martins bei Debitum Network schon seit ca. einem Jahr nach einem Manager, der das operative Tagesgeschäft des Unternehmens leitet. Auch wenn Martins sich diese Rolle selbst zugetraut hätte, glaubt er stattdessen seine Stärken in anderen Bereichen des Unternehmens noch besser einbringen zu können. Außerdem verfüge Sergej, so die Aussage von Martins, über einen dreimal so großen Finanzhintergrund wie er selbst, sodass er mit der Entscheidung keine Bauchschmerzen habe. Schauen wir jetzt mal darauf, was sich nun unter der Führung von Sergej bei Debitum Network verändern wird. Einen CEO zu installieren, verändert nicht nur die Unternehmensstruktur, sondern womöglich werden auch neue Prozesse integriert. Martins sieht diesbezüglich jedoch keine größeren Veränderungen auf Debitum Network zukommen. Abgesehen von vielen kleineren Anpassungen, die Sergej aufgrund seiner Erfahrungen verbessern wird. Auch Sergej denkt, dass es sich bei Debitum Network bereits um einen vollständigen und funktionsfähigen Kreditmarktplatz handelt, dessen Mechanismen bereits greifen und funktionieren. Daher sieht er es als wichtigste Aufgabe an, die Prozesse weiter zu optimieren und noch systematischer und strukturierter zu arbeiten, sowohl auf Kreditgeber- als auch auf Investorenseite. Auf meine Nachfrage meinte er, dass er zum Beispiel beim Onboarding-Prozess neuer Kreditgeber noch strukturierter vorgehen möchte als bisher. Hier sollen zunächst harte Auswahlkriterien überprüft werden, bevor es später in die detailliertere und umfangreichere Due Diligence geht. Übrigens, wenn du dich für das Gespräch mit den beiden interessierst, das ich hier letzten November bei der Fintech-Inkonferenz aufgenommen habe, dann empfehle ich dir, den aktuellen Podcast herunterzuladen. Der Mitschnitt des Gesprächs geht ungefähr eine halbe Stunde. Abschließend möchte ich jetzt noch meine persönliche Bewertung vom neuen Debitum Network CEO abgeben. Persönlich schätze ich Serge als einen großen Gewinn und eine Bereicherung für Debitum Network ein. Auf der einen Seite steht seine umfangreiche Erfahrung im Finanzsektor, sein Know-how bei Geschäftskrediten als auch sein großes Netzwerk. Also alles wichtige Faktoren, von denen Debitum Network zweifelsfrei profitieren wird. Zudem kennt Sergej die Situation auf Kreditgeberseite in- und auswendig. Daher wird er auch wissen, worauf es bei den kommenden Verhandlungen mit neuen Darlehensanbahnern, aber eben auch bei der Due Diligence ankommen wird. Auf der anderen Seite bewerte ich auch die Kombination aus Sergej und Martins als sehr positiv und förderlich für das Unternehmen. Während der Fokus von Martins in der Vergangenheit eher auf Factoring-Krediten lag, was sich mit 77% des aktuellen Kreditvolumens auch stark im momentanen Debitum Network Kreditportfolio widerspiegelt, besitzt Sergej eher einen Hintergrund bei klassischen Geschäftskrediten. Auch von der Persönlichkeit her scheinen sich beide sehr gut zu ergänzen. Während Martins eher der Visionär mit einem entspannteren Charakter ist, habe ich Sergej als einen sehr ehrgeizigen Geschäftsmann mit einem großen Arbeitsethos kennengelernt. Daher glaube ich, dass die mittelfristige Entwicklung von Debitum Network auf jeden Fall in die richtige Richtung geht. Daher habe ich mich auch Anfang des Jahres 2020 aufgrund der aktuell positiven Entwicklung dazu entschieden, mein Investment bei Debitum Network auf nunmehr über 3.000 Euro auszubauen. Weitere Gründe für die positive Einschätzung und Bewertung folgen im Video am kommenden Freitag. Weil ich von der aktuellen Perspektive bei Debitum Network überzeugt bin, habe ich für meine Community auch attraktive Konditionen ausgehandelt, für diejenigen, die neu bei Debitum Network anfangen wollen zu investieren. Bei einer Registrierung über meinen Affiliate-Link, welchen du unten in der Videobeschreibung findest, bekommen neue Investoren nicht nur ein 5 Euro Startguthaben, sondern auch einen unbegrenzten 3% Cashback auf alle getätigten Investitionen innerhalb der ersten 30 Tage nach der Anmeldung. Der späteste Anmeldezeitpunkt, um von diesem Cashback zu profitieren, ist der 29. Februar 2020. Wenn du also zum Beispiel 3.000 Euro investierst, dann wäre das ein Startbonus von insgesamt 95 Euro. Ein kleiner Tipp von meiner Seite. Debitum besitzt auf dem Marktplatz auch sehr viele kurzlaufende Assets von teilweise nur bis zu zwei Wochen. Also optimal für jene Anleger, denen Liquidität besonders wichtig ist und die somit gleichzeitig ihren Cashback in 30 Tagen fast verdoppeln können. Soviel zum heutigen Video. Mehr über Debitum Network gibt es dann wie angekündigt am kommenden Freitag pünktlich um 7 Uhr auf meinem YouTube-Kanal. Bis dahin schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr zu Debitum Network steht oder wie ihr den neuen CEO bewertet. Natürlich würde ich mich auch selbstverständlich über ein Abo des YouTube-Kanals freuen. In diesem Sinne euch alles Gute und bis Danny.